Hallo, Koko Mo. Du bist der Koko? Willst du wieder einmal unterwegs? Bist du auch wieder heute ansässig? Oder willst du einfach nicht? Oder willst du einfach nicht? Hallo, hat man das nicht hoch? Sag mal, willst du mich heute ärgern? Willst du mich heute ärgern? Willst du mich heute ärgern und wieder weg? Sag mal, wieso hast du dich ausgeflogen? Das ist eure ganze Zeit. Hallo, der Meier! Ja, ja, für mich tu mal hin und her. Nee, ich tu mal hin und her. Am Ende bleibst du ja noch ein bisschen. Meistens bist du bis mittags oder nachmittags, außer Renn und Bahn. Ne, Koko? Hm? Tuck dich mal an dem Dings her, guck mal. Nein, du musst abhauen. Das ist logisch. Das ist eine Kamera. Das ist logisch. Wenn du sonst nicht abhauen. Wenn die Kamera nicht raust du ab, ne? Dass du dich ja nicht zeigen kannst, ne? Dass du zeigst, was du für ein scheuer Vogel bist. Das kann ich wahr sein. Komm her! Ha? Komm her, du scheuer Vogel. Komm her! Komm her! Komm her! Du bist gar nicht so schön, wie du tust. Was ist denn da los mit uns? Hä? Was habe ich dir wieder getan? Habe ich dir was getan? Hä? Aber was hast du Angst? Hä? Hast du Angst vor dem Bild, was du siehst? Oder willst du nicht in die rote Lange gucken? Hä? Muss ja nicht gucken, außer man sieht dich von hinten. Hm? Guck, guck, guck. Das bist du. So siehst du aus. Ja. Hm? Willst du dich nicht zeigen? Willst du dich nicht zeigen? Komm her! Willst du dich nicht zeigen? Hä? Willst du nicht zeigen, wie du aussiehst? Willst du nicht auf das Bild? Hä? Willst du nicht auf das Bild? Hä? Guck mal! Du bist so ein kleiner Vogel. Und wenn du siehst, siehst du abhauen. Du bist so ein bisschen heftig. Du bist so ein bisschen lebendig. Komm mal her. Kommst du mal her. So. Nimm mal die Pukki noch so. Komm her Pukki. Halt und ich halte vorsichtig. Das habe ich jetzt weiter. Ist es jetzt? Hä? Ist es jetzt? Guck mal, die Pukki ist ganz ruhig. Und du tust so, als wenn man dir was tut. Die Pukki kann nicht was. Hä? Das willst du nicht. Du kleiner Freigereichprobel. Hast Angst vor der Kamera nicht? Da hast du Angst vor. Dann willst du die Kamera nicht gucken. Ne? Und da du dich selber im Bild siehst, erschreckst du dich. Ja. Guck ich gleich. Wups! Wer schreit denn da so böse? Hä? Wer schreit denn da so böse? Ja. Wo muss ich Pukki ne? Guck. Du kann. Guck. Die Pukki ist so in der Kamera drin. Die ist nicht so feige. Die ist nicht so feige. Ne? Epi End-Foto. Epi End-Foto. Ja. Epi End-Foto. Ne Pukki? Epi End-Foto. Ne? Epi End-Foto. Epi End-Foto. Ne? Epi End-Foto. Ja, will ich wieder beißen? Ja, will ich wieder beißen? Ja, will ich wieder beißen? Willst du wieder beißen? Willst du wieder beißen? Bis jetzt, hauptsächlich da! Und tschüss!